Wir sind ja gerade Salzfeld Ja, aber das... Äh, nicht schon unbedingt Vielleicht fahren die auch irgendwie hier Wir haben gerade getankt, Olli Die haben gerade getankt Das sind die drei, ne? Ja Hab's im Gruppenhaus Was ist? Hey, da liegt bei einer bei mir Wo? Da liegt man mit dem Ja, sag mir, im Schatten ist wie gesehen Wo bist du denn, Patrick? Wo bist du denn, Patrick? Hallo Hallo Oh, ich wurd grad beschossen Wie du wurdest Keine Ahnung Hallo Du hast Video an, ne? Du kannst einfach so schießen da verkaufen Ja, ich wurd auch beschossen Was der fuck? Ich holgerf, er schießt sie hier Hier ist einer, direkt bei mir, direkt bei mir Komm zu mir Hallo Welches Haus? Als ob der jemand schießt Wird einfach beschossen Ja, ich hab den Typen jetzt getötet Was soll das? Die Dürfe hat auf uns getötet Was ist das? Wieso schießt die einfach auf euch? Ab ins Modbüro, hopp Ich bin's friendly Was? Wieso schießt die einfach auf uns? Ich hab den Typen noch gesagt Was soll ich dir eigentlich spielen? Alter, was? Was ballern die gleich? Ey, du da, der auf mich zukommt Ich bin friendly, ich mach nichts Ich Ja, ich weiß nicht Ich wurde auf einmal beschossen von euch Der Kaputo hat mich getötet Hallo Was? Ihr habt Aufnahme, geht ans Modbüro Ja Einfach so schießen, ne? Wenn jetzt einer auf die Türe reinkommt Darf ich schießen Ja Ich sehe einen Soll ich den geben? Ja, gib ihm Wir laden ihn jetzt Nein, du schießt jetzt nicht Wir laden ihn jetzt Lass uns einfach abknallen Wir haben uns unregel... Unregel kommen vor Na, Alter, dann verpiss ich mich lieber Ich bin nicht mehr in der Mix von jetzt Ja, dann verpiss dich Ja, ich hab mir noch mega... Nein, das war nicht zu hören Und dann einfach auf mich zu schießen Wo liegen die denn? Die liegen überall Direkt bei dir Direkt bei dir Direkt bei dir Ja, ich sehe Da, wo Johnson gestorben ist Direkt da ist er noch Dass du nicht stabilisiert werden soll Sieh, der läuft jetzt unten am Strand Oh, ich laden ihn nicht Toll, ich ball auf dem Schuss hier Hat jeder von euch eine Aufnahme Ja, laden dich nicht Ja, laden dich nicht Warte mal wieder, warte mal wieder Warte mal wieder Dann speichert das ab, wenn ihr sich nicht speichern müsst Weil der ist ohne Ansage gemacht Ich könnte den einfach jetzt abknallen, der da unten bei dem bestgenommenen steht Nein, du schießt gar keiner Der muss er den enden Das Ding ist sowieso Ich hab noch zu dem Typ gesagt, so, hallo Ich hab nicht mehr mit gesprochen Ich so, hallo Toxik Ja, der ist bei mir, da ist er jetzt an den Strand Der hat gesagt, hier gehe ich abdrehe, dann schießen die Da ist direkt unter uns Ich hab nur mit dir schießen, auch mal zurückschießen Ich hab nur mit dir schießen, auch mal zurückschießen Ja, der hat mich gefieselt, der von uns Warum sagst du nicht, dass der dich gefettet hat? Hä, hab ich doch Habe ich jetzt so geschießen? Ich stehe in der Nähe von Fabian hat gesagt, ich hab zwei Schusswagen doch zu Johnson Na, wir schießen nicht Nein, 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 ich hab gesagt, warum sollten wir schießen, wenn die unter die M Weil die die getestet haben vielleicht Ja, die hat schön gerade gestanden, ich hätte ihm locker einen Headshot bekommen Feuerwehr kommt gerade, Bullen auf Da kommt die Bullen Ne, warte, das Bullen haben einen Unfall gebaut, Reifen sind am Arsch Seht das die Bullen? Ne, das ist Feuerwehr Das ist Feuerwehr Ne, das ist gar nichts Das ist Feuerwehr, Alter Das ist Feuerwehr Nein, wir haben die kein Blaulicht, aber doch Das ist Feuerwehr Ja, aber da kam ja noch ein Spider-Waren Einer ist in der Kirche drin Einer ist in der Kirche drin Einer ist in der Kirche Oh, die fliegt mal so, dass ich in die Kirche reingucken kann Ja, der kann doch ich aber auch erwischen Hilfe Ja, der kommt jetzt zu mir, Alter, was soll ich machen? Ich hab den Kabel bin da Äh, ich seh nichts Da siehst du das Fenster? Äh Da ist auch nichts, ich seh nichts, da Frage, Frage, soll ich den jetzt wiederbeleben lassen oder zweimal schießen? Ja, wiederbeleben lassen, mich auch Guten Tag Ja, guten Tag Ja, guten Tag Und dann versuch ich mich jetzt Nein, das ist mein Kollege, der hat mit seinen Kollegen einfach auf meine Kollegen geschossen, ohne irgendwas Er hat nicht mal große Zeit zu reagieren Weil er halt, weil meinen Kollegen getötet hat, hab ich ihn im Endeffekt auch nicht getötet Ja, ich bin halt, das ist ein Fan Und äh, ich hoffe jetzt mal, dass er uns hört Ah, okay, ja, ich wusste Ich hoffe, dass er jetzt mal uns hört Weil ansonsten, wenn er jetzt gleich hier anfängt, mich hier wegzuballern oder so Äh, dann haben wir gleich ganz andere Probleme Weil meine Leute haben jetzt aufgehört zu schießen, die werden nicht schießen Leute Also sollten seine Leute bitte auch auffahren, wir wollen das kritisch lernen Aber mein Kollege da vorne möchte gerne wiederbelebt werden Ja, klar, ich schieße Ja, klar, ich schieße Ja Ja Los, befreie mich Nein Ich kann nichts machen, wenn du so viel Ja Also der Kollege hat wieder cool Nein So, bitte immer die Waffe wegstecken, Oli helfe Also, chill mal Wir schießen nicht, wenn ich auch nicht schieße Ganz ruhig Aber wir werden geschossen, Oli Ich bin schon Klapp, Fabian Ich bin tot Aber mach du, Fabian Du schiehst einfach nicht Alter Warum ist jetzt noch Heli jetzt explodiert? Warum schiehst du denn nicht? Ja, weil Oli tot ist Ja, natürlich, weil Fabian nicht schießt Der steht daneben Und macht nicht Hilfe Halt die Klappe Hab einen jetzt Mach Hey, du bist doch schon Du bist doch schon tot, oder nicht? Nein, ich bin rausgesprungen ins Wasser Hey Wir wollen es, Mann